Ja, guten Tag. Freut mich, dass ich da bin. Ja, also was soll Biohacking sein? Ich muss dazu erstmal ein bisschen ausholen. Und zwar beschäftigt sich Biohacking eben mit der modernen Molekularbiologie. Ich studiere Molekularbiologie und beschäftige mich eben jetzt seit ein paar Jahren mit dem Biohacking. Und das habe ich angefangen, weil ich einfach genauer wissen wollte und das vor allem auch selbst machen wollte, was ich so im Studium theoretisch gelernt habe. So, das war meine primäre Motivation. Also es war eine Neugier und ich wollte irgendwie näher ran an die Materie. Ich denke, dass die Molekularbiologie im Allgemeinen, also ganz allgemein gesprochen, Biotechnologie, alles was man dazu zählt, synthetische Biologie und so weiter, extrem wichtig ist, jetzt schon extrem wichtig ist und noch viel, viel wichtiger werden wird in Zukunft. Da gibt es so umstrittene Sachen wie diese ganzen gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Äckern. Es gibt jetzt Craig Venter in den USA, der versucht Biofuel herzustellen, also Benzin aus Algen. Und da gibt es auch schon Sachen, die total im Alltag angekommen sind, was den meisten Leuten aber gar nicht bewusst ist. Zum Beispiel Waschmittelenzyme, die uns erlauben mit 40 Grad Wäsche zu waschen, sind auch gentechnisch optimierte Enzyme. Und die Liste kann man endlos fortsetzen. Und also aus dem Interesse daran, an dieser Technologie, bin ich eben da weiter reingegangen. So was, warum jetzt hacken? Die meisten Leute kennen das aus dem Softwarebereich, Computer hacken und dann wird es in den Medien immer so, ja die Hacker brechen irgendwo ein und klauen Daten und so weiter. Das ist ja irgendwie für die Hacker-Szene sehr traurig, weil das gar nicht das trifft, wie das eigentlich angefangen hat und was eigentlich dahinter steht. Und zwar haben die Software-Hacker in den 70er, 80er Jahren mit Computerbasteln angefangen und daraus ist auch das Internet entstanden. Und es geht darum, auf eine spielerische, kreative, originelle Art ein Problem zu lösen. Und ein Problem ist jetzt nicht nur ein technisches Problem, das kann auch ein gesellschaftliches Problem sein, das kann auch einfach ein Zugangsproblem sein, was Dinge vereinfachen. Also eine beliebige Problemstellung, eine Frage aufzuwerfen und wie kann man das anders oder wie kann man das besser machen. Und es wurde eben, ist halt mit Software sehr groß geworden, aber es gibt es auch im Elektronikbereich. Da gibt es auch eine ganze Bastler-Szene, die mit Elektronik, Schaltkreisen, alle möglichen abgefahrenen Sachen machen. Und jetzt eben halt auch in Richtung Biologie und da möchte ich diese Metapher, die halt aus der synthetischen Biologie kommt, nehmen, dass Biologie eigentlich eine Informationswissenschaft ist, weil der DNA-Code ist ein abstrakter Code, der, ja es ist nicht ganz gleich wie Computer, weil es dynamischer ist, weil es Materie, also echte Materie ist und nicht nur Cyber. Aber es ist auch ein Code und den kann man auch programmieren und entsprechend kann man ihn auch hacken. Und das fand ich, finde ich unglaublich faszinierend und da wollte ich einfach viel tiefer mit einsteigen. Das hat eigentlich erst 2008 wirklich Form angenommen, diese Netzwerke. Da gibt es Arcteria.org, das ist ursprünglich aus der Schweiz, beziehungsweise Europa und mit einer Kooperation in Indien basiertes Netzwerk, das aber mittlerweile Mitglieder oder aktive Leute überall auf der Welt hat. Das hat mehr künstlerische Ausrichtungen, also da sind viele Künstler und Philosophen und in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern damit beschäftigt, eben sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen und Fragen zu stellen und das kreativ zu verarbeiten, da gibt es Museen und Ausstellungen und ja, alles Mögliche. Aber es geht eigentlich immer darum, so einen lockeren Zugang zu finden, so einen spielerischen Umgang zu haben damit. Und dann gibt es do-it-yourself-bio.org, do-i-y-bio. Das ist aus den USA ein Netzwerk. Das ist eigentlich mehr so eine Art Forum, wo man sich halt trifft und online diskutiert. Die sind ein bisschen technischer ausgerichtet und auch ein bisschen businessmäßiger unterwegs. Da werden dann auch so angewandte Fragen gestellt. Und ausgehend von diesen Netzwerken, die das Ganze populär gemacht haben, hat sich halt so eine Szene entwickelt, die ich kurz mal porträtieren möchte. Hier im Bild links oben sieht man BioCurious, das ist ein Hackerspace, also im Prinzip eine Art Schule, so eine private Schule, gemeinnützige Einrichtung, wo jeder hinkommen kann, Kinder, Alte, alle möglichen Leute gehen da hin und sich einfach damit auseinanderzusetzen. Wir haben ein Labor eingerichtet und schauen sich an, was kann man machen, wenden diese Laborprotokolle an. Hier links unten ist eine Gruppe in Indonesien, House of Natural Fibers heißt die, die gibt es sogar schon ziemlich lange, schon länger als diese anderen beiden Netzwerke und die beschäftigen sich auch so dem künstlerischen Aspekt mit biologischen Materialien und auch Elektronikbasteleien und kombinieren das auf ziemlich abgefahrene Art. Eine Gruppe aus Ankara, die ich vor einer Weile immer kennengelernt habe, die haben so eine Studentengruppe, die halt gerne der Öffentlichkeit mehr vermitteln wollte, was sie in der Uni lernen und die haben dann so auf Straßenfesten kleine Aktionen gemacht und Leuten versucht zu erklären, was DNA ist. Und ich habe oben auf dem anderen Bild eine Vorlesung in Kopenhagen, im Medizinischen Museum, in Kombination mit einer Ausstellung zum Thema. Und das sind meistens recht junge Leute, aber das Einzige, was eigentlich alle vereint, ist diese Faszination an der Technologie und was man damit machen kann und eben auch ganz gezielt auf die Gesellschaft damit zuzugehen und zu fragen, okay, was wisst ihr, was wollt ihr mitmachen, habt ihr Interesse daran, euch da mit so einzubringen. So, okay, um jetzt Biologie zu hacken, braucht man ja irgendwie Material. Man braucht natürlich biologische Materialien und man braucht aber auch Werkzeuge. Und das ist dann ein Labor, beziehungsweise das, was man normalerweise in einem Labor versteht, sind so irgendwie abgefahrene Maschinen, extrem teuer, extrem distanziert, nur für Fachpersonal, ausgebildete Akademiker mit Doktortitel und so weiter. Und unser Ansatz war eben halt zu sagen, okay, eigentlich muss man das nicht machen, das ist eigentlich nicht notwendig, weil jeder Kaffeeautomat hat eigentlich höher entwickelte Technologie als die meisten Laborgeräte. Das ist wirklich so. Und so mit dieser Prämisse, mit dieser Prämisse hat dann zum Beispiel Brian Dagger in England versucht, ein Minimal-Labor zusammenzustellen, hat dann so einen Dampfdruckkochtopf genommen, eine Heizplatte und ja, so Suppenbrühe und hat sich damit dann Bakterien gezüchtet. Funktioniert, also jedem, der schon mal eine Suppe umvergammelt ist, sie hat so lange stehen gelastet, das auch schon mal gemacht. Ich habe das dann in meinem Labor daheim versucht, ein bisschen auszuweiten und habe mir dann halt so Second-Hand-Equipment auf Ebay gekauft und ein bisschen DNA-Analyse gemacht, versucht einen Vaterschaftstest, also so DNA-Fingerprinting mal zu machen daheim. Das sollte jetzt eigentlich gar kein Witz sein. Hier unten in dem Bild sieht man, ist das Labor, in Anführungsstrichen, das ist so eine zugestellte Garage mit auch so allen möglichen Laborgerümpeln, denen die Uni ausgemistet hat, so eine Gruppe in Paris, die sich da was eingerichtet hat und ziemlich erfolgreich damit ist und auch ziemlich interessante Sachen macht, da will ich auch noch ein Projekt kurz anschneiden. Und das hier ist bei Curious der eben auch erwähnte Hackerspace, so eine Art Volkshochschule im Prinzip für molekulare Biologie. Und ja, also man sieht, es ist relativ heterogen, also es gibt es halt von Leuten, die das alleine daheim machen, bis hin zu großen Organisationen, also mittelgrößeren Organisationen, die halt das mehr formal auch schon in institutionalisierter Form schon betreiben. Aber eben immer der Ansatz, dass es halt einfach und zugänglich sein soll. Das erste Projekt, das wir als internationale Gruppe gemacht haben, als wir uns quasi unserer selbst bewusst wurden, okay, das gibt uns jetzt hier als wirkliche Szene auch und wir sind online und man kennt so die Leute, die da mal chatten und so. Und dann kam eben von der Do-It-Yourself-Bio.org-Webseite der Gründer und hat gesagt, okay, wir müssen uns jetzt mal wirklich treffen, auch real treffen, und hat dann zwei Veranstaltungen organisiert, eine in London 2010 und kurz darauf in den USA, in San Francisco. Und da ging es dann auch darum, okay, wer sind wir, was wollen wir, was wollen wir mitteilen und was sind unsere Werte, was ist unsere Zielsetzung, unsere Grundlage. Und da haben wir dann so ein Code of Conduct ausgearbeitet, das war recht intuitiv, also jeder hat einfach so seine Wünsche und das, was ihn halt bewegt, ausgedrückt. Und da kam meiner Meinung nach ein ganz guter Code zustande. Und den haben wir dann, der ist nicht verbindlich, aber es ist halt, ja, ich denke schon, hat sich relativ gut durchgesetzt und die Leute sind da recht überzeugt von. Und wir haben dann sogar versucht, das auch in die akademische Welt wieder zurückzubringen, aber dort ist das irgendwie nicht so angekommen. Also ich glaube, wir Biohack, aus der Biohack-Szene sind in der Hinsicht schon sogar einen Schritt weiter als die akademische Welt. Ja, was für Projekte machen wir jetzt eigentlich so? Ein Projekt, das ich mit dem Hacteria-Netzwerk in der Schweiz letzt gemacht habe, war, dass wir eine sogenannte optische Falle oder optische Pinzette basteln wollten. Das ist, wenn man den Laserstrahl fokussiert im Raum, dann kann man damit kleine Partikel einfangen in der Luft oder in der Flüssigkeit und dann in diesem Fokus bewegen. Also der ist dann da eingefangen, also wie so ein Traktor-Beam-Strahl ist das im Prinzip. Das funktioniert wirklich, es wird im akademischen Setting gemacht und wir haben dann gedacht, okay, das kriegen wir vielleicht auch hin. Haben dann eine Webcam genommen, die aufgeschraubt, die Linse abgemacht, umgedreht, dann hat man ein Mikroskop, das vergrößert etwa 400-fach. Das sieht man da unten. Und dann haben wir einen DVD-Brenner auseinandergeschraubt und den Laser rausgeholt und dann versucht, auf diese Kamera da zu fokussieren. Und es hat leider nicht geklappt. Aber wir haben trotzdem viel dabei gelernt. So ein anderes Projekt von der französischen Gruppe da aus Paris, das wird geklappt, das ist ziemlich cool. Und zwar hat er so ein Hirnwellen-Messgerät, so EEG oder sowas, also hat sich mit Neurobiologie beschäftigt, sein Nickname ist Sam Neurohack, hat sich dann diesen Helm da gebastelt und in der Kooperation mit einem Museum ist das gelaufen. Da konnten dann die Besucher in den Raum reingehen, sich auf diesen Stuhl setzen, sich diesen Helm aufsetzen, dann wurden ihre Hirnwellen gemessen und je nachdem, was sie gedacht haben oder wie sie gedacht haben, sind dann verschiedene Lichter am Raum angegangen. Ziemlich schickes Projekt. Ein anderes Ding aus den USA, das eben auch mit dieser Vaterschaftstest-Geschichte da zu tun hat, ist die PCR, das ist die Polymerase-Kettenreaktion, kompliziertes Wort. Also es geht darum, eben Gene zu kopieren, zu vermehren, DNA-Fragmente zu vermehren, damit man sie sichtbar machen kann. Also wenn ich jetzt, wir machen die Profiler am Tatort, gehen dann hin, sammeln dann irgendwelche Haarproben und dann wenden die diese Methode an und dann können sie sagen, okay, dieses Haar gehört zu diesem Mensch. Und die Maschinen, die sowas machen, die sind ziemlich teuer, wenn man die kommerziell kauft, so billigsten gehen so bei 4000 Euro los. Und das ist halt nicht im Hobbybereich, aber es ist eine wirklich coole Technologie, die auch sehr viel kann, also das ist nur eine Anwendung von vielen, die man damit machen kann. Und da haben sich so zwei Bastler angesetzt und gesagt, okay, das ist nochmal einfacher und billiger und haben dann eben aus Open-Source, also frei verfügbaren Hardware, Elektronik-Sachen, sich dieses Gerät zusammengebastelt und haben das sogar zur Marktreife gebracht und sind jetzt der billigste Anbieter von diesen Geräten weltweit. Ich glaube, um die 600 Dollar oder sowas, aber auf jeden Fall ist es jetzt, es ist immer noch nicht billig, aber es ist auf jeden Fall in einem Rahmen, wo es doch deutlich verfügbarer wird. Also es ist meiner Meinung nach ein sehr gelungener Hack. Ein Projekt, das ich letztens angefangen hatte, war eine Gene-Gun zu bauen. Eine Gene-Gun ist wie so eine Art Luftdruckpistole, die schießt etwa so weit, zwei Zentimeter oder so, man lädt DNA auf Goldpartikel und die Goldpartikel dann in diese Luftdruckpistole und dann, ich habe die dann auf Zwiebel geschossen und habe die dann zum Leuchten gebracht damit. Also das Gerät, das man da sieht, das hat nicht funktioniert, aber das war mein Prototyp, der aber ziemlich abgefahren ausgesehen hat, so auf so einem Ast, das Ding drauf, Elektronik drauf und so Druck angeschlossen und das war, aber der Druck war zu hoch, das Ding ist kaputt gegangen und dann habe ich einen Sahnespender genommen und das daran angeschlossen und einen Sahnespender, wenn man den voll macht mit Wasser, hat der genug Druck, also ich glaube so 40 bis 60 Bar etwa drauf und damit kann man dann die Partikel, stark genug beschleunigen und dann gehen die auch in die Zwiebel rein. Und das kommerzielle Gerät kostet etwa 15.000 Euro aufwärts oder sowas, Sahnespender so um die 50. Also die hat nicht die gleiche Effizienz, aber ist im Prinzip halt machbar. Und das ist halt im Moment auch das Kernanliegen der Szene, eben diese Verfügbarkeit von der Technologie zu erhöhen und auch die Information und die Verständlichkeit zu vergrößern, dass mehr Leute sich da engagieren können, weil wie am Anfang gesagt, das ist eine extrem wichtige Technologie und die meisten Leute haben relativ wenig Ahnung davon und auch keine Chance, sich da wirklich gut zu bilden, weil wenn man nur darüber liest, was Sekundärliteratur, das ist nicht das Gleiche, wie man es selber mal gemacht oder gesehen hat. Und ich denke, Technologie wird immer wichtiger in unseren modernen Gesellschaften und wenn man als informierter Bürger auch sinnvolle Entscheidungen in der Gesellschaft treffen können will und mitreden können will, dann braucht man den Zugang zum Wissen und zur Technologie. Und man muss es auch machen und verstehen, um es machen und verstehen zu können. Und das formiert dann unter den Schlagworten Open Knowledge und Citizen Science, also dass eben man als Bürger in die Lage versetzt wird, eben sich mit diesen wissenschaftlichen Technologien auseinanderzusetzen. Und das ist das Kernanliegen von den Biohackern. Das sind die Leute, die sich zumindest offiziell eingetragen haben auf der Webseite. Auf der doa-by-bio.org-Webseite ist schon eine relativ beachtliche Anzahl von Leuten weltweit. Und interessant ist auch, dass sie auch in Südostasien vertreten sind. Ich glaube, da sind weniger Leute eingetragen, als tatsächlich existieren. Also ich weiß von einigen, die sich nicht eingetragen haben. Und das sind jetzt nur die Biohacker, die individuellen Leute. Teilweise auch mit diesen Hackerspaces, also diesen Orten zusammen dort eingetragen. Und das ist aber ganz am Anfang. Wie gesagt, 2008 hat es erst angefangen. Und Hackerspaces, also die Computer-Hackerspaces, der Seabase in Berlin war der erste, 1995. Und das ist mittlerweile ein gigantisches Netzwerk an sehr guten Infrastrukturzentren geworden, die überall auf der Welt vertreten sind. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns dann ähnlich auch ausbreiten und dann auch ähnlich gut vernetzt sind, sodass halt auch mehr Leute involviert werden können. Und ich würde jeden mal einladen, sich damit zu befassen und auch mal selber was auszuprobieren. Es ist zwar jetzt nicht so simpel, aber es ist auch nicht unmöglich, wenn man da genug Neugier hat und genug Energie reinsteckt, dann kommt man da auch rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Vielen Dank.